Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pulsar Lost Colony Wir haben vor uns den schwer bewaffneten Tim stehen Passte auf Leute, hier kommt mir nicht zu nahe Und ich auch Er hat nur einen Laserfinger Ich hab so einen krümmten Finger, der sieht so... Und der ist auch so gebogen, guck mal Da kannst du dich dann so machen mit Ich kann meinen Finger gar nicht so krümmen Okay, ich werde das Problem beheben, ich werde mir einfach die Waffe wieder Das ist eine sehr gute Idee Meine Waffe ist weg Ey Meine auch Oh ne, ist schon locker drin Wieso? Jetzt habe ich seine Hand Genau, wenn ich mich direkt ausrüsten Es hält also richtig fest Candypack Poteinpack Ähm Ja Gut, was haben wir in der letzten Folge erreicht, Agnase? Wir haben dieses... Irgendwo höre ich mich doppelt Dieses Lila hier besucht Das war nicht so fruchtbar Und jetzt wollen wir irgendwo anders hin fliegen Ja, wir haben ja noch zwei Missionen Ich hab die Route schon markiert Sehr gut Oh, da ist aber irgendwo einer mit seinem Headset ein bisschen... Durcheinander gekommen, wa? Ja Bisschen Gut Wir können die mal auf die Dran Ja, muss ich sagen Wir erleben noch ein bisschen was Ja Wart man so ist, bist du nicht ganz wach heute? Was denn? Wieso? Ich muss doch gar nichts machen Ich weiß, du bist so ruhig Ich hab grad geguckt Ich hab grad... Ich hab zwei irgendwie... Zwei Pistolen Ich hab schon einmal den Heavy Beam Pistol 3 Und... Äh... Und... Heavy Pistol Plus 2 Ich hab sie jetzt beide ausgerissen Gut, können wir jetzt endlich bitte springen Bitte ausrichten Können wir Und... Jappen Juhu Guck mal, wo gar nur hin fliegen Boah, was ne Strecke, ey Wo fliegen wir hin? Ah, hier 1-9-4-9 Aber wir können ja auch skippen, ne? Skippen Ja Skipper Oh! Oh, wir haben ein großes Feld Oh, wir wackeln so heftig, warum? Okay, das ist was größeres, glaub ich Wieso wackeln wir so? Ich lad sofort die Atombombe Ja Okay Wird auch Zeit, dass du die einsetzt Mach das Wir müssen fünf Kilometer wechseln, gell? Denk dran Statisch Programm äh, Schildboost Ich laden Geladen Ich klappe den Und die Feuerwehrwoll drauf Wenn wir nach vorne gucken, dann zu dem Schiff Okay, das müsst ihr mir sagen Äh, wir sind zu nah dran, wir müssen weg Wir müssen weg, ja Wir müssen weg, ja 3 Fliegerad rückwärts Ihr habt alle volle Energie Der neue Reaktor geht echt gut ab Komm schon Buh, das hat aber einmal Wow So viel hat der gar nicht Mit dem neuen Geschütz mach ich so viel Schaden Kann man die Atombombe wieder entladen? Der ist ja gleich schon down Können wir da nicht drauf? Ja, die kann man wieder entladen Die könnten wir entladen, das stimmt Kann man was versuchen? Lass doch mal Ja Ich versuch mal Unload Ich hab die wieder entladen, die Atombombe Das wär zu schade Abkürzung Die Abkürzung Es gibt ne Abkürzung Toll, die fehlen gerade den langen Weg Die auch Wir halten uns fit Tolle Abkürzungen Und zack, drauf Hilfe Oh, bin schon tot Auf euch Wir schießen auf uns Mit Maschinenraum haben wir ja geklärt Auf geht's zur Brücke Ja, ich hab den Käpt'n erschossen Ich kann denen ihre Waffensysteme benutzen Echt? Versteckt sich keiner mehr, ich glaub wir haben's Ich kann doch auch uns selber schießen Wer schießt denn hier, wohin? Da Hab die Boah, zwei Treffer nur Oh, hier ist noch einer Wo denn? Ja, die spawnen glaub ich auch wieder neu, ne? Wahrscheinlich Soll ich den ihr Kern rausschießen? Ich glaub wir sind nicht zu nah dran mit unserem Schiff, wenn der explodiert Ich komme euch zur Rettung Wo das auch toll ist Wo das auch toll ist und ich kann das Systeme hier alles ausschalten Sauber Da können wir nicht mehr zurück Wahrscheinlich, oder? Wir schießen Wir schießen Wir schießt Nein, das soll Ich hab das hier ausgeschaltet Ich hab das hier ausgeschaltet Die Bienen sich hier irgendwie Da Oh, es hat mich erledigt Oh, wir sollten schleuen vom Schiff runter Gehen wir vorm Schiff runter, sonst verdienen wir hier noch Nein, auf falsches Schiff Ich hab das Problem an, weil das Schiff lass mich nochmal klonen Wer tot So, ich lebe wieder auf unseren Schiff Scheiße, ich bin auf das falsche Schiff gesprungen Ach, die werden Die werden da geklont drinnen, deswegen kommen die da immer wieder raus Oh, ich bin gestorben Ja, aber war cool Hat Spaß gemacht Wie dumm Den Sinn und Zweck jetzt davon Haben wir jetzt da irgendwas erreicht durch? Weiß ich nicht Werden da Schiff flogen können, glaube ich Wenn es ein schweres Schiff ist, das ein bisschen Stärke ist, denke ich, dass wir es so leichter haben, einfach die Crew auszuschalten Ist das jetzt einfach explodiert? Ist das jetzt explodiert? Ist das jetzt explodiert, oder was? Ja, ich wollte gerade rauf drücken, dass es explodiert Doch, jetzt haben wir es eingesammelt Na, wollte er es nicht Okay, unser nächstes Ziel Uqbate System 1-3-1 Da können wir auch wieder auf dem Planet vielleicht Sollen wir mal schauen Okay, springen Wir können, ja Ich brauchte zwei Treffer Ja, das sieht so aus Ich brauchte zwei Treffer mit meiner Waffe, da waren die kaputt Wir waren noch nicht ausgerichtet Oh Gott, wo fliegen wir hier? Nein, wir waren noch nicht ausgerichtet auf ein anderes System jetzt, ist ja egal Ja, Abenteuer halt, ne? Okay, wir skippen in 3-2-1 jetzt Es ist leer hier Ach man, ich hätte gerne den Planeten gesehen Man wird ja kein Planeten hier rechts von uns sehen Wir können aber nicht was finden Ja, jetzt fliegen wir da hin Aber beim Ausrichten kommt man auch manchmal auf die anderen Planeten drauf Ist halt Zufall, ne? Wenn du so ein Sonnensystem bewischst, was gut ist So, Talente Wenn der Preis nicht zuhört und nicht weiß, wohin muss Dann wird es passieren Jetzt können wir aber Ich denke mal, er geht noch Ja, ich musste eben, ich hab gerade noch rausgeschaut Was da draußen ist, vielleicht Wäre da was gewesen an dem Astroiden Ich hab mal ein bisschen gelinselt Ja, ich guck auch mal über meine Waffensysteme Wollen wir weiterspringen? Ja, bitte Okay So, er ist hell geworden So, wir dürfen skippen Tue dies Ein Planet Doch, es ist ein Planet Oh, ein Planet, ein Planet Scanne ihn Oh, falscher Scan Ich schick sofort einen Atomarm mit drauf Mach das Liebensform Schauen wir mal zum Teleporter an, ne? Und Ich hab die Atomarm aber noch nie so ganz verstanden Ich kann ja nicht damit direkt zielen Aber ich glaub der Captain zielt dann damit, ne? Arab Climate Ähm Würde ich doch sagen, die wär runter Ich glaub der Pilot muss das Schiff ausrichten Ich denk glaub die Fliege Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das ausrichten muss Können wir darauf atmen? Könnt ihr das sehen? Ich glaub schon, ja Ey, die hab ich doch gar nicht ausgerüstet Okay, man kann atmen Was und noch? Sieht aus wie der Planet, wo wir schon mal waren Wo der Wurm uns gefressen hat Ja, der allererste irgendwie, ne? Ja Hier gibt's Loot, es gibt Loot, es gibt Loot, es gibt Loot, es gibt Loot Ich will Loot finden Da Das ist mein Loot Jetzt ist es meiner War eh nur was zu schmatzen Und wieder was zu schmatzen Mein Loot Das sind hoch verschlüsselte Informationen Hm Ey, da fliegt irgendwie Ach so, das ist ein Jetpack Hui Aber die riesen Wirbelsäule liegt hier rum Alles wird erkundet von, von unser Quo Nichts bleibt geheim Was freust dich so? Nix Nix Ist aber öde hier, ne? Jo Ja, können wir weiter, oder? Jo Ich geh wieder aufs Schiff Wie kannst du auf jeden Planeten atmen? Boah Dein Gesicht von innen gesehen, ganz furchtbar Schwuppdiwupp Kartoffelsupp Boah Und was ist das hier rot? Nächstes System ist die 82? Ja Alles klar Aufwärmeplanet Wahrscheinlich Waren eigentlich alle da? Ja Glaube ich zumindest Was passiert eigentlich dann? Und? Planeten Ich werde ihn Scannen Keine Lebensform Dann könntest du wieder Androiden sein, ne? Ich weiß nicht, ob man so ein System weiter erkunden kann, weil Ich finde es ein bisschen komisch, dass der, wenn wir aus dem Jump rauskommen, dass der mir direkt die Schiffe in unserer Umgebung anzeigt Und ich endlich noch extra scannen muss Wow, kommt mal hier runter, das sieht total irre aus Also nicht wegfliegen Ruhe in der Höhle Wenn ihr euch herbeamt seid ihr voll am rennen Wir beamen uns direkt in so eine Höhle mit so seltsamen Pilzen an der Decke Oh, hier ist eine Tür Und hier geht auch noch einen Gang nach unten Da liegt Loot Hier liegt überall Loot Eine Feuerpistole Pistole, eine Feuerlöschpistole Beruhig Hier mal mutigerweise hier rein Da Eine Küche Ein dehydriertes Sandwich Das ist interessant Das ist unsere Mission gewesen Wir haben doch auf der Station eine neue Mission angenommen Eine letzte Folge Ein Phaser plus zwei Dann brauche ich das nicht Was ist das denn? Pikavel Pergarn plus 1 Das wäre eine Zufuhr, dass wir jetzt hier in der Zeit sind oder? Oh Was haben wir denn gefunden? Ich spring da jetzt runter Hier wird aber nirgends so was angezeigt Mir auch nicht Ach das Sandwich vielleicht, ich weiß es nicht Hat einer ein Sandwich gefunden Oh der Aufzug ist nicht da Oh der Aufzug ist nicht da Ah ja gut du hast das selber Problem gehabt ne Ja aber Oh Ich glaube hinten dicht irgendwas Ich loote mal hier draußen für unsere Pappenasen die das nicht mitgekommen haben Ein Reaktor MK3 Militärische Militärische Hülle ARX CD gefunden Und Pick Fliffy Biscuit Jumbo Reaktor Das hört sich richtig geil an, will ich haben Will ich da auch noch was? Ich habe einen Reaktor gefunden Jerky Sticks Fleisch Ja die sind aber alle Müll im Gegensatz zu unserem Gerade Hä? Habe ich das jetzt für uns schon reingesammelt auf ein Wenn du erdrückst dann ist das direkt in den Komponenten drin Dann kannst du das angucken was das ist Dann guck mal was das ist Ich habe nämlich Fluffy Biscuit Jumbo Reaktor Das ist flauschig Ein flauschiger Reaktor Ein knuffiger Reaktor Vielleicht hat der Fell dran wenn man ihn einbaut Gehts noch weiter hoch ne Wart ihr schon unten drin? Ich bin hier einfach mal runter Unten beim Fahrstuhl ist noch eine Hülle Wir müssen noch einen höher glaube ich Komm auf den Aufzug Ich drücke auf der 2 Bleib drauf Bleib drauf Nein ich finde den Aufzug nicht Wie erlaubt so wen seid im Aufzug Hier ist die 2 Hier Hier Wir sind aber auch keiner der Gegner oder so ne? Aber ist schön hier Was ist das denn? Was ist das denn? Die Päscher Hier hast du schon ich schieß mal drauf Ich habe auch jetzt ein bisschen bis geht es Gar nichts drin Nase Ne jetzt wurde es ja auch schon aufgesammelt Liebster Tim Wie viele Locations das hier gibt ne? Ja Wie viele Locations das hier gibt ne? Hey Kommt zum Aufzug hier ist ja tote Hose Schade hier hätte was sein können Wartet auf mich Wo man fliegen kann mit dem Jetpack Ob man hier sterben kann am Aufzug Wenn du jetzt hoch fährst Ich glaube ja Also ich bin mal an der Kante gestanden und gestorben Soll ich das ausprobieren? Willst du das austesten? Ja ich bin mutig Partner so wo bist du jetzt? Im Aufzug Ja du bist von unten Ich bin von unten hochgeklettert Du hast deine Seite gedrückt Hier backt alle so komisch Tim zufrieden Ich back niemals Doch Dann backt den Kuchen Das sind hier oben alles noch Schöne Station auf jeden Fall ne? Oh hier ist ein Computer? Nur leer Server sind die Liegen Informationen Kann nicht sein Obst der Teleporter ist kaputt Oh Server sind hier Die von die Trados sind Ja Betten Klo endlich Endlich Pipi machen Hahaha Warte mal ich Ich scanne mal kurz den Planeten auf Lebensformen Wenn ihr noch da draus seid müsstet ihr ja eigentlich was erkennen Der hat zwei Lebensformen hat er entdeckt Das ist ein Ding ne gut Das ist ein Ding ne gut Wenn wir mal das direkt funktioniert Äh der ist genau Dann kommt man langsam wieder aufs Schiff und wir gehen Ja Ich bin wieder da weil es wenn wir einen da lassen muss er dann dafür immer bleiben und auch holzgefährd Der wird sterben Ja Er wird verhungern und Lass mich nicht allein Ich komm schon Aber wieviel Lebensformen Ach eine Lebensform ist noch drauf Ich bin es nicht mehr Ich bin jetzt auch auf dem Schiff Okay der nächste stopp ist wieder ein Planet ist ja lustig Ja geh doch gut voran Sehr planetenlastig Ausrichte sinnvoll Okay Sind alle an Bord? Jo Gibt ja einer was sagt hoff ich mal dass das so ist Jo Soll ich skipper? Tu das Oh ein Planet ein Planet Oh schon wieder ein Planet Wie ja so ein Höhlenplanet Ich geh direkt zum Ich geh direkt zum Dings hier Ich muss mir das ankommen Keine 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 Oh hier sind Feinde Klasse welche Wie viele Döse Feinde Hilfe Hilfe wo seid ihr Und hinter den Teleporter da seid ihr geschützt Ich geh immer so ein bisschen in Deckung Ach die haben wir aber gegrillt Ach sind wir gut Ausnahmsweise haben sie immer gegrillt Ach ich wurde geheilt gerade Bei Pappen hat sie in mir Pappen hat man stehen Hier ist was zu essen Ja ihr werdet bei mir geheilt In meiner Nähe Das ist ein extra Skill von mir So So Scanner raus Hier gibt es noch mehr Loot Ich seh was Ich hab einfach ein Biskuit aufgenommen glaube ich war das Eine Phasenpistole Ähm Ähm Gibt es in unserer Klasse Hier liegt noch Repair Gun plus 2 Das könnte interessant sein Schaden 84 Eine Repair Gun die besser der Fall ist Schaden 95 Hier ist auch noch eine Pickup Ration Wer braucht die Und äh Einen Feuerlöscher hier Feuerlöscher Heavy Pistol Phasenpistole Bedeutet ich über euch Bis so bitte Wehehe Das ist kein Fallschaden Phasenpistole 2 Ja Ja Tu mal den Fireworks Tingu schon mal dahin Ui Irgendwas schießt Warum? Weil ich kann Ach Langweiliger Ihr seid wieder mal an Loot vorbeigelaufen Ach so als man Katzen Unglaublich wichtiger Loot Ein Fire extinguisher Vielleicht auch noch Loot Ja man will es aber durchsuchen Hier ist noch eine Tür zwei Türen Lass mich nicht alleine Lass mich nicht alleine Da sind noch Türen Nein Nichts nicht Jetzt rennen wir alle noch in den anderen Da reagiere ich gar nicht drauf wenn der Popnase ähm mich anflungen kann will Du weißt schon Bescheid ne Hm Wir haben mich mal schneller Okay ausgerichtet Alle an Bord Ja Dann springen wir mal an Na dann Lass uns rum während Was schießt denn da jetzt schon Hör auf Können wir vielleicht wieder ein Gegner Mal aufpassen Ein Planeten Okay Ruhe mit der Ruhe F8 Lade die Atombombe Oh Zwei Oh da haben wir zwei Ach das sind Zwei kleine Dröhnchen Unter uns und Ähm Gehen wir erstmal auf Auf A Auf die Große dann Unser Warp ist disabled Das sind Störungen hier Okay ich werd trotzdem Viel Schaden vor uns Warp ist disabled aber der lädt auf Ja aber wir können wahrscheinlich jetzt endlich nicht springen Wir haben kein Schild mehr Ach der ist noch gar nicht disabled Ne der versucht das erst gerade Kannst du da drauf Können wir da drauf jumpen Der ist nämlich groß Ne Das sind zwei Drohnen sind das Taktical Support ist schon sehr groß Finde ich Man kann irgendwie mit der zweiten Kanone geschießen Meine Kanone legt man Meine Waffen rauchen Energien Seil mal jemand gucken Der Reaktor brennt Ich gucke sofort Das ist der Reaktor Oh unser Reaktor Uiuiui ich geh hin Mein Reaktor Das ist nicht der Reaktor Wahrscheinlich brennen die Waffen Ja stimmt Das System brennt Was brennt jetzt? Waffenverlams brennt Waffenverlams brennt Sag wenns aufgehört hat Die Waffen Die Waffenverlams brennt Löschen Ach Da kommen jetzt eine voller Lösche angeflitzt Ich will auch noch Jetzt gehts auch wieder Super Komm jetzt machen wir die fertig Kann doch nicht sein Ich will auch schießen das läuft aber ganz gut attempting to breach abnase schieß ich gehe wieder zurück nee du kannst auch nicht bahn an die Tore es brennt schon wieder die Taktik ist gleich im Endeffritten ja es ist schon wieder meine Waffen mal lagern brennen ich kann nicht viel machen jetzt ja ich kriege wieder Energie er lag weiter ich beobachte das das war es für ihn okay der ist wieder so ein schneller ich habe den mal schon Virus drauf gejagt Lockshot na gut 300 Schaden Sätze treffen die sich dauern aber wir haben auch jetzt schon was abgekriegt ne ja und die kriegen gerade noch was ab die Schilde sind unten bei uns ja ich habe aber bescheidet beide Schildbooster aufgehauen kannst du da nicht irgendeinen Virus machen dass ich stehen bleiben muss dann habe ich schon aber der ist echt schnell der Ingenieur kann ja mal den Virus wieder aufladen von uns ich bin gerade auf dem Weg ja ich hau mal hinten ein paar Fuel Tanks rein nein mach das ich bin das Dreh dich haben sie nicht Innenvisier da okay kommt sehr schön wir wackeln zu doller also kann ich nicht zielen aber wenn ich gar nicht bewege dann komme ich hinterher und Truster Booster jetzt hau rein äh ja nein man schau mal mit naja immer ein bisschen Schaden gemacht mhm jetzt hängt sie ooooh hat gesessen jetzt hängt es ist gut dann da ist nämlich die Teile von den anderen vorher noch No signal es kommt noch was dazu es kommt noch was dazu ein ziviles Schiff ja ich hab mal testweise mal ein Notsignal geschickt okay aber das ist ja grün das heißt wir können wir können andere äh Schiffe rufen helfen die uns oder wie die haben uns noch nicht entdeckt das ist bestimmt der Rot was ich noch hab ja glaub ich auch können wir da schon drauf springen schau mal guck mal jemand ich sag Bescheid was er sonst entdeckt hat also ich kann es kaum erkennen aus der Entfernung ich sehe nur der ist ja nur 7,9 der muss ja ein Winzling sein der ist ja auf Alarmstufe rot gegangen jetzt ist er gelb ich glaub ich darf nicht darauf zählen ja wie seh das nicht an bin ich an der Sammel spannend ja sonst richtet das Schiff aus sonst fliegen wir weiter aber ich richte erstmal aus könnt ihr euch überlegen lade die Atombombe ausprobieren soll man darauf schießen? ja lad die Atombombe wieso nicht ich guck mal kurz nach Lebensformen keine Lebensformen entdeckt auf dem Schiff wie komisch zwei zivile Schiffe sind es mittlerweile wir haben nur eine Atombombe und die müssen wir glaube ich nachkaufen ich glaub nicht dass wir Munition für das kaufen können nein nein die müssen wir nachkaufen und die müssen wir erstmal finden in irgendeinem Shop dann lassen wir es oder? wird sich sparen die haben keine Turrets das eine Schiff hat keine Turrets ich hab einen Laden die Zuschauer haben sich jetzt übelst gefreut ja und das denke die kommen daher weil ich gerade gerufen war wenn ich jetzt nochmal rufe ja ja daher kommen die jetzt sehe ich das sind keine Lebensformen entdeckt also das eine Schiff hat keine Waffen wenn aber auch Feinde kommen das ist eine Security Drohne hinter uns unten ja ich sehe es E ist unten jetzt unter uns ok wir brauchen eigentlich nicht immer Jump wenn wir Geld farmen wollen drei zivile Schiffe haben wir jetzt ja aber helfen die uns? ich weiß es sie haben keine die haben keine Waffen das ist praktisch aus der Flink aber am Volltreffer ne schade oh oh unsere Schilde sind gleich weg äh jo ich glaube wir sollten abhauen die sind alle auf Alarmstufe Rot aber die haben keine Waffen ok ja die sind auf Alarmstufe Rot wegen der Drohne wahrscheinlich stimmt wir beten jetzt alle dass wir die packen noch knapp betroffen wo ist denn die? die verliert überhaupt keine Energie ich glaub den Thruster runter und Schilde oh jetzt habe ich dieses auf alle drei nein das wollte ich doch gar nicht brech den Versuch ab wir wollen eins ein zivile Schiff ist zerstört worden ne ist es nicht bei mir ist eins grau geworden ne ich hab die Viren jetzt ich hab die Viren jetzt auf alle Schiffe draufgekloppt wow was ist denn jetzt los? oh das war aber ein Monsterleck ich treffe es ja aber reicht irgendwie nicht dauert es jetzt kriegt er einen warte ein mega Tritt in den Arsch jawohl er wird langsamer ähm na weil es umdreht das ist doch ja die Kohle holen wir uns noch ist currently hostile schauen wir noch mal nach den Komponenten ne ja keine Waffen Komponenten ja Pilot einsammeln Ingenieur Wobkern laden hier ist alles ready könnte noch ein paar Kapseln gebrauchen ziviles Schiff Reaktor überhitzt das explodiert jetzt ah es kühlt wieder das greift uns das wir greifen das automatisch an kann das sein? ja weil es uns feindlich gegenüber gesinnt ist genau dann hauen wir sie weg ohne Gegenwehr mehr Kohle das ist feige Leute das muss bestraft werden wenn man ohne Waffen angreift ihr könnt doch das könnt ihr doch nicht machen ach erredigt das eine ist ja doch ist auch rot wo? wo? jawohl gleich eingesammelt hahaha was das denn? der ist auf uns zugeflogen der war ja nur so groß wie meine Faust du dann der nächste oder? ja der haut ein Schiff haben wir jetzt gerade verloren eins ist außerreichbar ne ist es nicht äh 22 Kilometer entfernt 22 Kilometer? ja der ist so klein dass ich den nicht mal sehe kommt gleich oh der ist genauso suizidal auf einen so ein Schiff für dich aber ne warte Leute wollen wir nicht lieber die Schiffe äh also erstmal drauf springen auf dem mitziehen Dingern kannst du springen? das sind zivile Schiffe ja ja was wollen wir machen oder? vielleicht gibt es da ja Loot ok dann ich kann ja nicht auf mich zu schießen die schießen schießen die zurück oder was? nein die automatischen Waffen schießen wie die Hölle aber wir müssen sowieso näher dran ich werd mal rüber springen ne wir können nicht springen die können noch nicht also ich denk mal wir sind noch zu weit weg der ist außerreichweite der ist außerreichweite wir sammeln noch die Brocken ein vor uns und dann lass uns auch einen Sprung machen wir da ok Tim zieht den Schwanz ein wollen wir den Schwanz einziehen wir haben einen Standard Vector Thruster eingesammelt Level 5 wir sind noch am Level 3 Thruster drinnen mhm das ist besser also lohnt sich das diese Schiffe abzuballern ne unsere haben 19 und der den wir gefunden haben hat 7 ok das ist Level scheißegal das ist schlechter das ist glaube gleich ein Reichweite sein ich weiß nicht wann das ist oh wie sieht das denn aus achso das war ein Punkt ein Stern da kann man doch nicht aufjumpen auf den kleinen People Dinger sag mal gucken ob er jumpen können da drauf wo ist denn der so weit und wieso ist der so winzig den treff ich kaum mit dem Laser der ist nicht weit weg der ist nur so klein meine Waffensysteme machen den kaputt ja ich hab ihn getötet er hätte auch drauf springen können echt stand da grad noch und dann hast du ja schon ich hab dich geschossen ich hab ein das war ja wer war noch an der Waffe Shoddy und Hamster haben ihn getötet ja was willst du dann machen wir den Schiff du Petzel wieso ich bin stolz darauf wehrlosen getötet zu haben ah ok da war bestimmt nicht wehrlos das hat nur so getan du warst früher der Held in der Schule richten wir uns mal aus aufs nächste System genau nächstes System und dann müssen wir wieder ein Päuschen machen wir sind schon weit drüber aber macht nichts die Leute wollen ja eh längere Folgen ja mehrere Folgen ja am Tag schaffen wir eine das ist ja maximal haha so können wir mal weiter springen oder wollt ihr einen Cut machen? tut es Gott will es dann klaffst du mal springen dann können sie eh in die Repair station jump around jetzt ist der Bildschirm hier so dunkel Skip oh Unit 23 das ist ne große an die Waffen wo schießen die hin? ich seh noch gar nix es ist unterhalb wo schieß es unter uns? wir drehen uns das ist unten hinter uns das ist groß das ist gar nicht so groß das ist ein WD Destroyer oh je endlich mal ein größeres Schiff das ist aber zu nah für ne Atombombe ne? ja ja ähm kann auch wegfliegen schon wenn er die zünden wollt aber es läuft ja wir kriegen die schon geht schon boah der hat nen Fokus Laser mit 210 Schaden liebe Leute ja die muss gar nicht wir putzen den schon weg schild mit 420 alter ich muss uns ein Schildboost draufhauen äh 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 Hilfe Programme ähm ich glaub nicht dass wir ne Chance haben wir sollten uns verziehen und zwar zackig ja ich was drehe ich denn aus? nimm nimm die Energie von den Waffen alles auf aus ok wir sind weg so das wäre nicht mehr geschafft nee hätten wir auch nicht wir haben einfach nur verteidigt und das sah am Anfang aber wirklich gut aus ah skip ja guck mal da passt doch ne Repair Station gut wir reparieren unsere Schiffe und danke für das Zusehen sag ich mal von meiner Seite wenn du damit verstanden bist ne bin ich äh nein bin ich nicht hehehe ok nein äh ich habe heute ein bisschen blöd herumgewitzelt ich weiß ähm egal wir sehen uns in der nächsten Folge Pulsarlosd Kolonie bis dann tschüss Und dann hat Toplas aus seinen Tabletten genommen tschüss haoo